Ja, moin YouTube. Herzlich willkommen mal wieder zu einem neuen Video. Wie ihr seht, ich bin mal wieder im Bastelkeller. Das kann nur eins bedeuten, es wird wieder etwas Größeres gebaut. Und zwar geht es heute um die PS Sub Pro Net 12 von Plansound. Da habe ich mir gedacht, nachdem ich die Compact 4 gebaut habe, muss ich ja auch einen vernünftigen Bastel dazu haben. So, und damit mache ich mich heute ans Werk. Für die Leute, die die Kiste nicht kennen, Bestückung ist entweder 12-280W von The Box, ein Seeker S 2.5, eine Watsche SSF 12250L und ein BMS 12-305. Ja, die Abmessungen der Kiste sind, ja, das stimmt doch nicht. 134 x 134 x 130 mm, das kann ja nicht stimmen. Also da muss entweder Druck fehlen oder, hm, komisch. Müssen wir noch mal gucken. Ich blende das noch mal ein. Ja, da muss auf jeden Fall ein Fehler sein. Weil hier hinten eine Schnittliste. Sieht ja anders aus. Die Kiste ist 52,8 cm hoch oder 52,5 cm hoch, 34 cm breit und, lasst mich nügen, 46 cm tief. So, ganz einfache Bassreflexkiste. Ja, damit mache ich mich jetzt ans Werk. Nimm euch wieder mit mit einem kleinen Zeitreffer und dann werden wir mal gucken, wie die Kiste jetzt zum Schluss aussieht. Und was mit der Kiste natürlich so geht alles. So, denn, auf geht's. So, Freunde, der kleine Zwischenstand. Vier Brenner sind schon mal verschraubt und verleimt. Bisschen vorgebohrt habe ich das Ganze auch schon alles. Ja, die Seite kommt jetzt hier drauf. So, und dann kann man die Kiste schon mal erkennen. Echt sehr kompakt auf jeden Fall. Ja, ich will jetzt mal weiter machen mit dem Innenausbau, bevor ich, also mit dem Port und sowas alles, bevor ich jetzt die Seite hier drauf mache. Weil, lässt sich einfacher machen. Ja, muss man ein bisschen warten. Treiber kommt nachher, wenn man den Treiberausschnitt machen kann. Und dann ja, mal gucken, wie es weitergeht. So, Freunde, mittlerweile war auch die Pasta. Und mein Herzstück ist auch da. Der 12,280-W. Ja, es geht voran. Bisschen war nix. Das ist aber für die Compact 4. Mal gucken, wie weit ich denn bei dem Sub noch damit komme. Anschlusspanel mit Picon. Zwei Griffe. M20 Flange. Ja, ein bisschen Kleinkram. Ein Schlagmodell. Was man halt also braucht. Füße. Alles bestellt. Sticken weiter bin ich auch schon. Mach jetzt das Schallbrett. Zeig ich mir gleich den Kreis an. Säge die mit der Stichsäge aus. Ja, und dann bin ich auch fast fertig. Dann kommt jetzt hier vorne rein. Die Seite drauf geschraubt. Und dann ist die Kiste eigentlich so gut wie durch. Ich habe jetzt erst das Innenleben gebaut. Also den Port. Den habe ich mir danach angezeichnet, damit ich da die Löcher auch nicht bohren kann. Hinten muss ich das noch machen. Sehe ich gerade. Ja, und dann geht das alles ein lang. Passt das alles perfekt. Ja, apropos den Zuschnitt. Den habe ich mir bei mir im Bauhaus geholt. Im Baumarkt. Ja, leider Gottes 70 Euro. Aber dafür gute Arbeit. Er hat wirklich gut geschnitten. Es passt alles wirklich tipptopp. Also wenn man jetzt hier mal guckt. Klar, der kleine Bestand ist von mir jetzt. Gut, schleif ich die weg. Passt schon. Aber kann man nicht mehr gehen. Er hat gute Arbeit geleistet. Ja, ich mache jetzt weiter. Dann zeige ich euch die Küste, wenn die zusammengebaut ist. So, nochmal kleinen Blick ins Innenleben. Das ist das ganze Meisterwerk. Ganz einfach das Bassreflexprinzip. Mit einem Port, noch einem Port. Hier hinten ist halt auch eine Strebe. Kompleting ans Port. Ja, das ist das ganze Prinzip. Sieht man ja auch auf dem Bauplan. Und ja, war auf jeden Fall fix die Kiste zu bauen. Gute Stunden habe ich jetzt gebraucht. Ja, 3 Wälder ist ein bisschen so la la geworden. Aber na ja, gut. So, jetzt setze ich noch schnell die Platte oben rauf. Bleiben die fest. Und dann ist die Kiste erstmal fertig. Dann kommen nachher Griffe. Dann muss ich aber gucken, wo ich die Griffe hinmache. Weil eigentlich sollen in die Kiste noch Streben rein. Und zwar die haben wir hier noch. Die sollen noch eine Kreuzstrebe rein. Also hier quasi. Und von oben nach unten auch noch eine. Das habe ich aber verkackt, weil ich die Port schon angeschraubt habe. Das hätte ich vorher machen müssen. So, und jetzt ist schon alles geleimt und so. Ja, jetzt lasst sie raus. Also ich denke, dass es auch so halten wird. Und das wird schon passen, denke ich. So, im nächsten Clip sehen wir dann die zusammengebaute Kiste. So, Freunde. Da haben wir mal wieder das fertige Endergebnis. Ich habe schon mal ein bisschen weiter gemacht. Treiber eingesetzt. Einschlagmodell sind auch schon alles drin. Die schwarzen M6-Imbos-Schrauben. Ja, Griffe habe ich schon mal gemacht. Die habe ich jetzt einmal frei Schnauze gemacht. Ich denke, das wird ungefähr passen mit dem Mittelpunkt. So, ein bisschen drehen. Hinten ein Anschlusspanel. Das musste ich leider ziemlich weit nach oben setzen. Weil hier ja die zweite Port-Strebe lang geht. Und die geht wirklich bis 35 cm, glaube ich. Habe ich vorhin ausgemessen. Ja, bis hier ungefähr. Und deswegen konnte ich nur das Panel hier oben hinsetzen. Ich hätte natürlich auch keines kaufen können. Ja, gut. Viele werden wieder meckern. Egal. Ich mag die Dinge, weil man die so schön von oben reinmachen kann. Ja, von unten nach oben. Ich mag's. So, hier kommt dann wieder ein schöner Aufkleber drauf. Was das für ein Zap ist. Ja, morgen wird das Ganze dann eingesenkt. Wieder mit der Fräse. Die ganzen Kanten werden gefräst, gespachtelt, dies, das. Ja, da kommt Wanex oder Tuftkleb drauf. Mal sehen. Tuftkleb ist ja momentan nicht so viel verfügbar oder gar nichts. Mal sehen wir uns, dann kommt mal wieder. Ansonsten kriegt die Kiste halt Wanex. Ja. Und dann sieht das Ganze auch ganz gut aus. Dann können wir endlich mal einen Soundcheck machen. Eigentlich können wir auch so einen Soundcheck machen. Aber ich bin jetzt im Keller und das ganze Amping und so habe ich Wanex. Ja. Aber an sich ist es doch erstmal eine geile Kiste. Schön, klein, handlich. Schwer auch nicht. Ich glaube 20 Kilo standen allerdings. Wir gucken noch mal schnell. Gewicht, ca. 20 Kilo. Ja, ja, ja. Ja, das ist ein super Teil. Also, mir gefällt das. Mal sehen, was der 12,280 hier drin aushält. 2,280 Watt kann der ja. Hm. 300 werden wir mal geben da. Mal sehen. Nicht, dass er verreckt, dass er so schnell ans X-Max kommt. Aber selbst wenn. Der Treiber kostet 70 Euro und dann kauft man einen neuen und dann ist gut. Ja, wie gesagt. Ich melde mich nochmal zurück, wenn ich die ganze Geschichte gefräst und gespachtelt und sowas habe. Oder vielleicht erst nach dem Lockieren. Mal sehen. Mal sehen. Mit den ganzen Soundchecks dann. So, denn. Bis zum nächsten Clip. So, Freunde. Heute melde ich mich mal von der Fräsfront. Erstmal alles angezeichnet mit den ganzen Griffen und so. Und dann habe ich mir einfach den Griff hier aufgemalt. Wie ihr seht. Schon vorgebohrt alles. Und dann habe ich von der Außenkante den Griff dahin den Abstand zu meiner Fräse genommen. Und das werde ich jetzt fräsen und dann wird das Ganze um drei Millimeter vertieft. Und dann sieht es auch echt gut aus. Überall die Striche kommt nachher das Brett ran. Hier, hier, da. Und das gefräst. Und dann zeige ich euch gleich mal das Ergebnis. So, Ausschnitte sind eingelassen. Drei Millimeter tief. Sieht wieder sehr gut aus. Jetzt habe ich die ganzen Kanten auch gleich mitgemacht mit mehr 6 Fräse. Jetzt wird das alles geschliffelt. Dann wird 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 geschliffelt. Und dann sind wir auch irgendwann wieder am Ende. Gefällt mir jetzt schon ganz gut. Die Kiste. Ja, der Treiberauschnitt ist natürlich nicht schön geworden. Aber naja, gut. Aber das wird. Dann wird geschliffelt. Dann wird geschliffelt. Dann wird geschliffelt. Dann wird geschliffelt.